Hier die Musik unseres nächsten Stargastes, der erst damals war und auch heute ist. I'm a very stylish girl und hier ist Jérôme Castell. I'm a very stylish girl, a very stylish girl. Jérôme Castell, hallo, wie geht es? Dankeschön, Herr Meiser. Sag halt, wie kann man eigentlich mit solchen Schuhen laufen? Ach, das interessiert gar keinen. Mich interessiert viel mehr, Sie haben sich da von Ihrer Frau getrennt. Ist der Job noch frei? Also, darüber könnten wir uns natürlich gemeinsam unterhalten und würden sich bitten. Nochmal, ich verkörpere als Transvestit die Rechte des Mannes. Nein, einfach das Privileg des Mannes, sich bunt auszudrücken. Sie sind die perfekte Inkarnation einer Frau. Ich bin nicht, um Gottes Willen. Frauen sind die besten Inkarnationen von Frauen, doch nicht wir Transvestiten.